Heute möchte ich euch zeigen, dass es verschiedene Kofferranddeckel von den Steyr Pux und Fiat 500 gibt. Hier haben wir jetzt ein neues Modell, wo die Türen normal aufgehen und der Kofferranddeckel ist hier ganz eben. Der hat die Erhöhung. Das Europa-Modell ist das, also mit normalen Türen. Würde ich da jetzt das alte Modell montieren, der ist hinten flach, dann würde der Kofferrandeckel weiter unten stehen. Dieses Modell hat eine Erhöhung. Das ist das neue Modell. Das alte Modell mit den verkehrten Türen ist der flacher. Das schauen wir uns jetzt auf dem anderen Auto an. Der ist da flach. Und der ist höher. Wenn ich jetzt da den Deckel zu mache und habe den falsch, also das ist jetzt ein Selbstmörder-Modell mit den verkehrten Türen. Der hat dieses. Das ist die flache Version. Würde ich jetzt die erhöhte Version montieren, dann würde der Deckel höher stehen. Also der passt einfach nicht. Da sollte man bedenken, wenn man einen richtigen Deckel kauft, dass es auch passt. Wurscht, wo man hingeht bei jedem Deckel. Es soll da ziemlich eben sein und nicht tiefer und nicht höher. Das heißt, es hat mir einen falschen Deckel montiert. Das ist leider, wenn man die Deckel anschaut, die Spaltmaße da. Die sind leider Gottes von der Pressung so. Da kann man leider nichts machen. Die sind original schlecht gepresst. Das war's. Dankeschön. Vielen Dank.